Hallo zusammen, hier ist wieder heute Lounge, wieder für euch in Dragonflight unterwegs. Und zwar wollte ich euch heute wieder so ein kleines Opening-Video präsentieren. Heute geht es mal wieder um ein paar T3-Grundteile, die wir uns ergämmeln wollen. Dafür bin ich einmal hier in Naxxramas, bei dem kleinen Goblin hier hinter mir, den wir ja schon durch ein paar Rätsel freigeschalten haben. Falls ihr das nicht wisst, ich werde euch die ganzen Rätselgeschichten unten einmal verlinken. Ihr müsst sowohl das Scholo-Rätsel machen, das Secrets-von-Naxxramas-Rätsel, als auch das Rätsel, um ihn hier quasi freizuschalten. Erst wenn ihr die ganzen Sachen gemacht habt, könnt ihr dementsprechend dann bei ihm verschiedene Waren kaufen. Und ja, das wollen wir jetzt einmal machen. Wir wollen wieder ein bisschen T3-Grundpieces uns holen. Damit können wir ja die fertigen T3-Teile dann mit ein paar mehr Komponenten herstellen. Und dazu habe ich ein paar Marken gefarmt. Ihr seht, ich habe hier einige. Wir wollen jetzt 120 wieder quasi raushauen. Das letzte Mal habe ich auf eine Hose gegambelt, die ich in Sahar stellen wollte, weil da keine auf Blackmoor drin war. Jetzt habe ich ein bisschen im Stream diskutiert gehabt. Und die meisten Leute waren sich einig. Ich soll euch erstmal mein eigenes Set voll machen. Dementsprechend gambeln wir jetzt auf einen von den Slots, die ich noch offen habe. Ich habe fünf Teile von meinem Drift T3 quasi schon eingetütet. Die habe ich mir damals über das Black Market teuer gekauft. Und die letzten drei Teile, die kaufen wir uns jetzt teuer quasi über den Kollegen hier. Also eigentlich nicht viel Unterschied, aber gut. Ich würde sagen, starten wir durch. Fangen wir mal oben an bei der Brustplatte. Und jetzt gucke ich mal. Ach nee, das scheint irgendwie nicht zu gehen. Dann machen wir das jetzt mal einmal hier. So in dem Fenster muss ich jetzt bloß gucken, dass ich das richtige erwische. Also was haben wir? Wir haben die Handgelenke, Schuhe, Schultern. Dann, ähm, Stulpen sind es, Brustharnisch, genau. Davon wollen wir uns jetzt 40 Stück kaufen. Das kostet 120 von den Druckmitteln des Todes. Das kann sich jetzt, zieht sich jetzt dann immer so ein bisschen hier, bis es ins Inventar reinfliegt. Und die wandeln wir jetzt mal um. Was kann da alles drin sein? Naja, es kann halt das DT3 Grundteil drin sein, mit einer relativ kleinen Dropchance. Und sonst können da alle möglichen Brustplatten aus den, ich glaube, östlichen Königreich und Kalendor, meine ich, drin sein. Also aus Classic quasi. So, 40 Stück haben wir. Dann würde ich sagen, starten wir rein und drücken mir die Daumen, dass ich da was rauskriege. Also das erste ist schon mal absoluter Crap. Oh, das ist zumindest 5000 Gold wert, ne? Das ist irgendein T-Mock-Item, was vielleicht ein bisschen selten ist. 1000 Gold wert, ja gut. Wo ist das jetzt hin? Ach, da haben wir jetzt so eine Marke bekommen. Also ab und an gibt es quasi kein Item raus, sondern es gibt quasi diese Phylakter-Gewebe oder irgendwie Phylakter-Gewebe, ja so heißt das. Und das brauchen wir unter anderem dann, um unsere Detailteile abzugraden. Das kann man bei ihm auch kaufen, eins kostet 2000 Gold. Heißt, wenn wir so eins kriegen, ist das gar nicht so verkehrt, weil die brauchen wir dann später sowieso. So, also bis jetzt sieht es leider schlecht aus, leider grüne Brustteile. Ah, was haben wir denn da? Ich habe ein Kreuzfahrer-Teil gekriegt. Sehr schön. Nice. Theoretisch wäre das jetzt hier Minimum sofort kauft, 400.000 Marktwert, 700.000 regionaler Marktwert, sogar fast eine Million, ne? Also, ja, das ist, da kann man schon fast überlegen, ob man sie nicht lieber verkauft, die Teile. Aber, ja, ich werde es wahrscheinlich für mein eigenes T3 benutzen. So, jetzt schauen wir mal, vielleicht kriegen wir ja noch eine zweite raus. Ne, ich will jetzt nicht gierig sein, aber nehmen würde ich schon. Und dann könnten wir vielleicht sogar noch eins in den Saar hauen. Wisst ihr, dass ich meine? Oder ich benutze es für eine andere Klasse, aber erstmal wollte ich eigentlich das Druid-Set voll machen. Seht ihr, da sind manche Sachen dabei, die auch T-Mog-technisch sogar was wert sind. Also, wie hoch die Drop-Chance von dem T3 ist, ich schätze mal, es wird irgendwie so bei 1-2% liegen, vermute ich zumindest. Das hat es zwar schon mal angekündigt, dass das ein bisschen angehoben haben, aber, naja. Letztes Mal habe ich ja auch 40 aufgemacht, das war dann eher nix, aber diesmal hat man Glück. Zumindest einen Teil schon mal rausgezogen und, ja, ein paar Marken habe ich noch. Heißt, in Zukunft kommen ein paar mehr Videos hier von den kleinen Opening-Geschichten. Und, ja, jetzt würde ich sagen, guck mal noch drüber, was ist hier so drin. Also, das ist 5K wert. Also, alles, was unter 1.000 wert ist, stelle ich gerne ins Saar. Hier haben wir nochmal 1.700, 2K. Da sagt er hier, das behalten wir natürlich auf jeden Fall, ne. 5K sagt er hier, 16.000, 11.000. Ja, das kannst du knicken, alles. Oh, ja. Also, die Brustplatten, da sind manche tatsächlich ein bisschen was wert. Wundert mich, die müssten ja wahrscheinlich jetzt auch übelst droppen, weil halt viele hier an Sachen gambeln. Gut, ob sich das natürlich für die Preise verkauft, ne. Das ist nochmal eine andere Sache. Ich denke mal, da brauchen wir nicht drüber reden. T-Mock ist immer eine schwierige Angelegenheit. Hast dann immer drei Jahre im Aharum liegen und keiner kauft den Bums. Aber gut, probieren wir es auf jeden Fall mal. Ja, das war doch eine schöne Geschichte. Ein paar Sachen, die T-Mock-technisch ein bisschen was wert sind. Einmal das T3-Teil rausgezogen und noch ein paar von diesen Upgrade-Tokens. Juti, das war's für die kleine Aufnahme. Schreibt mir gerne in den Kommentar, ob ihr auch am T3-Gamblen seid und ob ihr bis jetzt Erfolg hattet. Und dann sehen wir uns gerne im nächsten Video wieder. Euer Tila. Bis dahin. Ciao.